Heute habe ich mal Lust auf einen alten Ben Riach aus der Billy Walker-Ära. War früher wirklich alles besser? Oder ist das nur so ein trügerischer Irrglaube? Wir gehen der Sache auf den Grund. 22 Jahre, pietet, PX-Finish. Hallo und herzlich willkommen zum Whisky-Turn-Table. Nur um das direkt am Anfang klarzustellen, Billy Walker ist jetzt nicht der Übergott für mich. Nur mir ist eben aufgefallen, seitdem ich in meinen Videos praktisch neuere Ben Riachs probiert habe, war ich doch relativ oft enttäuscht, verwirrt, ja, irritiert. Sie haben mich irgendwie nicht so wirklich erreicht, um es mal so zu sagen. Bei Billy Walker fand ich, war das unter Ben Riach doch deutlich interessanter und spannender. So, jetzt will ich auf den guten Billy auch gar nicht mehr weiter eingehen. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, was gab es denn damals? Diese Flasche hier ist, hinten steht es drauf, fünf Jahre alt, im Februar 2017 abgefüllt. Und da dachte ich, ja, da ging diese Ära so langsam zu Ende. Den kannst du doch mal nehmen. Hier habe ich die typische, hier, diesen typischen Sarg von Ben Riach, den es damals gab. Sherry Wood Finish. Also da gab es ja riesige Finish-Serien. Immer wieder was anderes. Das hier war nochmal, oder damals schon relativ teuer. Hat noch den Beinamen, wo steht es? Das ist Al Baritza. Das ist die Erde, wohl weiße Erde, kalkhaltig in, ja, in Cherez, da in diesem Sherry-Dreieck. Und danach ist er benannt. Wie lange das Finish angedauert hat, in PX-Fässern kann ich euch nicht sagen. Vorher hat er in amerikanische Eiche gelegen. 46 Volumenprozente, leider keine Fassstärke. Es gibt ihn immer noch. Also es ist jetzt kein weggehypter Whisky. 160, 170 Euro. Vielleicht wird er jetzt so allmählich seine Abnehmer finden. Denn mittlerweile ist das ja fast schon wieder günstig. Mich fasziniert diese Kombination mit dem Rauch. Und ich blende euch mal die Farbe ein. Zu dunkel fällt der ja nicht aus. Also heutzutage ist das ja keine dunkle Farbe. 22 Jahre, es steht nicht heavily peated drauf. Also dürfte beim Ben-Riach auch nicht mehr viel übrig sein. Ja, also für mich eigentlich jetzt mehr zum Genießen. Es ist eine Flasche, die noch verfügbar ist, aber ist mehr so ein Seitenschwenker. Vielleicht, ich glaube da hinten, irgendwo habe ich auch noch einen neueren Ben-Riach, wieder ein Einzelfass stehen. Ich lasse da ja nicht locker. Vielleicht, weil ich da früher doch viele gute Erfahrungen gemacht habe, landet die Brennerei dann doch immer mal wieder bei mir. So, aber jetzt mal schauen, wie dieser hier so rüberkommt. Ich gucke noch mal eben auf meinen kleinen Spicker. Alles gesagt, 2017, 22 Jahre, weißer Kreideboden. Albaritza. Ah, ich merke den leichten Rauch. Ja, sehr unterschwellig. Ein bisschen Asche. Rote Bären-Süße. Keine starke PX-Klebrigkeit. Sagen wir es mal so, das könnte auch eine schöne Süße aus Ex-Bourbon-Fässern nach 22 Jahren sein. Second Edition steht auf der Verpackung. Es gab davor auch noch mal ein 18er. Ich tippe mal dann auch PX-Finish und P-Tit. Aber den, den kenne ich nicht. Ich kenne auch ihn hier nicht. Also das zur Info. Man merkt ihm sein Alter auf der einen Seite an. Ich würde ihn aber unter 20 tippen von der Nase her. Aber das ist nicht schlimm. Also der wahrscheinlich, weil ich jetzt bei 22 Jahren und wenn ich am PX denke, an stärkeren Holzeinschlag automatisch irgendwie mir das ins Gedächtnis rufe. Aber das muss ja nicht sein, wenn der jetzt da einfach ein Jahr lang gefinisht wurde oder so. Ich habe diese Bären-Note. Leichte, so eine Süßsauge-Kombination. Und eine Art Pfirsich. Also ich habe keine Rosinen, ich habe keine Kirschen, sondern eher etwas heller die Früchte. Pfirsich, richtig schön. Da passt die Süße zu. Und dann, wie gesagt, zu den Bären so eine ganz leichte, frischere, leicht säuerliche Note. So interpretiere ich ihn. Könnte auch so einen leichten Citrus-Schlag haben. Aber richtig orangenmäßig ist der für mich nicht. Dahinter wird es ganz leicht ein bisschen schärfer. Der Alkohol ist aber dezent im Hintergrund. Ja, das spricht mich an. Der Rauch hält es zusammen. Auch hier leicht aschig. Die Bären-Noten ein bisschen stärker jetzt. Es kommt ein sanftes Holz nach hinten raus. Also so, wie man sich amerikanische Eiche nach 22 Jahren vorstellt. Mit einem Tick, Tick europäische Dunkelheit da drin. Aber nur so ganz leicht. Wenn man jetzt wirklich 22 Jahre europäisches Holz hier hätte, wird das ganz anders ausfallen. Dann wird, glaube ich, diesen ganzen Mold erschlagen. Die PX-Fässer haben in meinen Augen relativ wenig Süße abgegeben. Also frische Fässer, wie es oft so heißt, wo man auch schnell irgendwie an Feucht denkt, waren das garantiert nicht. Also das waren noch Fässer in meinen Augen, die so ein bisschen mit Sinn und Verstand ausgesucht wurden. Die geben wirklich so einen unterschwelligen Sherry-Charakter ab. Mit diesem Rauch zusammen wird es so ein bisschen erdig. Jetzt nicht, um an diese Erde hier zu denken, aber er hat so eine leicht mineralische, erdige Note mit dieser Asche dabei. Er liegt schön im Mund, er regt jetzt bei mir keinen Speichelfluss an, er ist aber auch nicht dünn oder so. Er verteilt sich gut, also einen ganz leichten Tick eher zur Viskosität, als jetzt, dass er unruhig wirkt. Zweiter Schluck, deutlich entspannter. Im ersten Mal noch so eine gewisse pfeffrige Note, die jetzt eher unterschwellig ist. Und jetzt kommt noch mal ein bisschen mehr Holz durch. Jetzt einen kleinen Ticken europäisches Holz mehr. Ich weiß aber noch nicht, zu was sich das ausbaut. Ich habe immer noch diesen Rauch, ich habe diese Fruchtnote, die jetzt ein bisschen dunkler geworden ist. Dann kann man wunderbar ausklingen lassen. Und diese Süße ist eine Kombination, also auf jeden Fall für mein Empfinden, aus so einer klassischen Ex-Bourbon-Süße. Dabei glaube ich gar nicht, dass das erstbefüllte Ex-Bourbon-Fässer waren. Plus so eine leichte Picks-Untermalung, aber wirklich nur leicht. Und das trifft sehr schön auf den Punkt. Das lässt dann nämlich noch mal Platz für diesen Pfirsich. Jetzt würde ich auch ganz gern von einer Orange sprechen. Dieser Bären-Note. Und alles hat Platz und der Rauch schwirrt drumherum. Ich kriege jetzt keine Politur. Eher so ein bisschen einen Hauch von Leder und ein bisschen Tabak. So würde ich diese europäische Holznote in Kombination mit dem amerikanischen Holz, was sich da ausbaut nach 22 Jahren, beschreiben. Dabei wird er jetzt so leicht trocken. Der Rauch verschwindet so ein bisschen mehr. Schön. Ja. Ist das jetzt das Maß der Dinge für mich? Ich glaube, ich hatte schon bessere Ben-Riachs. Aber irgendwie ist es so ein bisschen Schwelgen in guten Erinnerungen. Ich habe ja schon mal vorgeschlagen, ich könnte mal so eine Serie machen. Was gab es vor zehn Jahren? Damit starte ich auch noch mal. Weil ich finde es jetzt schon spannend nach fünf Jahren. Und bei Ben-Riach kommt es mir so ein bisschen vor, als wären wir diese Zeit schon zehn Jahre her. Vieles. Die hatten auch eine tolle Einzelfass-Serie. Auch mit. Es geht ja nicht immer darum, dass es uralte Sachen sind. Könnte heute eh keiner mehr bezahlen. Aber da kommen heute, finde ich, auch. Ich habe da zwar ein Stehen. Aber irgendwie kommt da auch nicht das, wo ich jetzt Jubelschreie permanent mache und sage, die Flasche muss ich kaufen, ohne dass ich sie probiert habe. Nicht falsch verstehen. Auch beim Filmen der Flasche. Ich habe sie jetzt ja eingeblendet, auch unter Verpackung. Ich war jetzt kein super Fan von diesem alten Design. Aber im Vergleich zu diesem schlichten, kalten, neuem Design hat das echt Spaß gemacht, diese Flasche zu filmen. Auch wenn das überhaupt nichts mit dem Whisky zu tun hat. Aber es ist irgendwie so ein nostalgischer Hanggrad bei mir. Ja, ich fände es schön, wenn Ben-Riach so etwas vielleicht mal rausbringt. Zurzeit ihre Standards sind ja doch so ein bisschen langweilig. Und wilde Fasskombinationen, die so ein bisschen als erstes bei mir damals so einen Aha-Effekt ausgelöst haben. Dann habe ich sie probiert und war, wie gesagt, verwirrt. Weil irgendwie das Ganze für mich weder Fleisch noch Fisch am Ende war. Und das hier ist dann Fleisch von mir aus oder Fisch. Aber auf jeden Fall nicht irgendwie ein wildes Durcheinander. So etwas würde ich mir mal wünschen. Einfach mal eine Wood-Finish-Serie. Ist zwar heute irgendwie so abgedroschen klischeehaft. Muss ja auch nicht super dunkel totgeschlagen sein. Sondern so, wie es vielleicht vor sieben, acht Jahren gewesen wäre. Vielleicht lebe ich zu sehr in der Vergangenheit. Egal. In diesem Sinne. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.